hi jacky jacky man jack boy hi jack so wir haben heute traktoren video traktors trackers egal wie auch immer das heißen mag so jack komm wir machen heute traktors auf und du sagst uns welchen traktor du am besten findest okay das kommt später so jack wir fangen mal mit nicht mit den an sondern mit diesen coolen traktor von sich so da haben wir den schon richtig schweres teil aus metall knallrot super cool sieht das aus sehr schön das wird dir gefallen aber du musst erst mal nicht gedulden ok jack soll das ist der erste dann kommt gleich der zweite traktor von glas riesen traktor richtig cooles teil wow hat er das super super cooles teil jack das wird dir auch gefangen so dann ein schon der war und schon dir jack hast du dich schon für einen entschieden den roten oder was jack möchte es gerne mit dem traktor aufnehmen na gut na gut jack sauer weil jedes mal kleine traktoren kriegt aber jack nächstes mal im nächsten video setzen wir dich in diesen anhänger mit den kühen rein mal gucken was du dann dazu sagst so mein lieber lieber jack jetzt habe ich mal was für dich diesen traktor hier jetzt guck mal wow ein schon dir ey jack ist jetzt aber ey ich hab auch was vorne haha jetzt haben wir jetzt sind wir gleich stark so jacky boy zacki 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 kampf oder was was soll das werden jack mach mein tag doch nicht kaputt sonst gehst du ein aquarium jack möchte einfach in ruhe gelassen werden er sagt lass mich doch mit euren aquarium in ruhe mit eurem traktor ich möchte keinen traktor haben jack so jetzt musst du dir aber eins aussuchen so den okay komm den machen wir auch noch auf dem hast du vier okay jack okay 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 so jacky boy hi guck mal na gut so jack such dir einen aus jack überlegt noch das ist keine leichte entscheidung das stimmt na jacky oh er ist soweit ich glaube der will den john dee haben ich glaube der nimmt den grünen traktor jawohl jack hat sich den john dee ausgesucht na super ey der geht auch noch da drauf oh jack 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 so bist ja cool drauf heute oder okay jack wir halten dich nicht weiter auf du hast sicher hunger tschüss jack er sagt nicht mal tschüss jack 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 er versteckt sich halt einfach hinter den spielzeugen was macht er da jack was machst du da jack okay liebe kinder und erwachsene jacky sagt tschüss winky winky jack winky winky jawohl er macht winky winky ciao ciao winky 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 winky